extra ganz schnell damit sich keine sorgen gemacht werden müssen ja warte mal ich muss mal den kleinen stinker hier rausholen da ist er schau mal brauchst dir also keine sorgen zu machen deinem baby geht es gut und es ist fit you see hat auch gut gespachtet und ohne kümmert sich auch ganz doll da ist der kleine schatz ok